Hallo meine Freunde! Willkommen zurück bei Minecraft! Willkommen zurück bei Minecraft! Wir spielen Minecraft! Willkommen zurück bei Minecraft! Ja, wir sind zurück bei Minecraft! Und wir spielen heute Minecraft! Ihr glaubt es nicht, aber wir spielen heute Minecraft! Oh mein Gott, wir spielen Minecraft! Und wir beginnen heute... ...unern Trump zu bauen, das war die Idee. Wir bauen Türme... Wir bauen Türme... ...was soll los? Wir bauen Türme... Wir bauen Türme... Wir bauen Türme... Ja, ich würde sagen, wir fangen an... ...zacken! Oh! Alter, was war denn? Ich werde ein Spinner... Nee, mal runter. Nee, mal runter. Ja... Also, neues Thema! Minecraft! Oh mein Gott, Minecraft! Nee, äh... Also... Wie's aussieht, mach' jetzt mal mein Solo-Projekt weiter. Äh... Es könnte auch sein, dass ab und zu, wenn da Solo steht, in der nächste Part. Es könnte auch sein, dass Fabys Welt reviewt wird, oder... ...weiß ich welche Welt. Äh... Das kann alles passieren, das kann alles da sein. Und es wird da sein! Nice! Ähm... Ja! Ich hab' Bock auf ne fette Aufnahme von Minecraft. Hab' Bock, meinen Turm zu bauen. Aus... Ich baue's mal aus... Edelstein! Nein, Spaß! Ich baue's aus Eisen! Ich baue's aus Wolle! Das ist ne Idee! So, Schafe, wo sei da? Oh! Oh! Ja, Schafe gibt's wenig heutzutage, so wie ich das sehe. Ah, nein! Aber da gibt's mal abends. Wir tun viele weiß an, wieso das so ist. Reih, das was auch... Oh! Ah, leider kann ich hier stehen, ey. Das fail. Tauchen! Oh, episch, ey. Kann ich mein Real Life nachspielen, was da nur sein? Ja... Also... Ähm... Hab' äh... Schon vor, jetzt mein Turm zu bauen. Aus Wolle. Wer noch nicht eingeschaltet hat. Wir machen's aus Wolle. Äh... Auch ein paar Schafe dazu. Wieso hab' ich jetzt... 3 Wool. Okay, ich würde mal schätzen... Ich mach' Vardius von ungefähr... 6... Na, da 5 mal 5 Steinen. Das heißt, 10 mal... Ach, wir brauchen schon die... 50 Schafe schon für den Turm allein. Und dann für die Treppe nochmal... Äh... nochmal 300 Schafe. Also, das wird ein Schaf-Klar-Video! Noch ein Schaf-Nice. Also, das für eine geile Pur, okay. Warte mal, ich hab' Dach. Da ist es. Warte, zeig's euch gleich. Das hab' ich mal, äh, wie beim Rumlaufen, da hab' ich irgendwo rausgekommen, äh, gesehen. Das war's. Fand ich sehr episch. Äh, da war einfach mal fett. So... Einfach mal so'n Turm aus Stein... und mit nem Baum da hinten irgendwo in der Nähe. Ich glaub' da baue ich mein fettes Haus drauf. Das macht mir schon Spaß. Aus Eis. Aus Eis. Ey. Aus Eis. Aus Eis. Aus Eis. Aus Eis. Aus Eis und Wolle macht man das. Das wird geil. Eis geht auch schnell zu fahren. So, hier ist die Ingame-Musik zu laut. Ich kann unsere geile Musik hier nicht hören, ey. Oh, ja... Ähm, fail, ne? Ähm... Düm dön 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 dön... Ähm, äm am Ap ap ap... Äh, ja, also, ich hätte auch mal wieder Bock auf ne' Runde. Äh, Together, Minecraft, aber... Fabian, Alex hat uns grad mit der Schule. Ähm, die ich ja zum Glück bei Bennett habe. Äh, und vielleicht kriegen wir auch bald ein neues Mitglied ins Team, der bis mit meinten das ist der wird ein guter oder 1.000 oder 10 Millionen würfisch geil aber ich bin das auch ein bisschen das ist ja hier ja so ist das so ist das so muss das sein wenn das nicht so ist dann macht irgendwas falsch das ist mein Tipp an euch wenn irgendwas nicht so ist und wie ich das mache ist da was falsch ich denke mal dass ich wohl auch Projekte bauen werde wie zum Beispiel ein fettes Schiff von Pirates of the Caribbean oder mit dem Pimmel von Arnold Schwarzenegger keine Ahnung keine Ahnung ich werde auf jeden Fall ein paar Projekte starten wohl eher wenn ich das bis was geschafft habe in meiner Welt und hab auch ach genau ich wollte meinen Super Mario 64 Paar diese Woche eigentlich fertig kriegen wenn nicht bin ich ein Opfer Musik ist episch ich stehe auf der Bauch der Hälfte um ein Gott die Äpfel weiter jetzt ist ein gewählt Musik für den Abend so in den Zocken jetzt kommt der der dritte auch auf das jede Menge Schnee aber äh da oben ist es sogar guck mal einfach so schaft so einfach mal so auch nicht auf dem Berg irgendwie keine Ahnung er schützt dieser Fertlager Haus und verschaffen die Frau gibt es nicht so das ist mit der alles hier schön für mich sein Wolle alles Rau Schafes ist meine Wolken fachdachlischer und so wie was ein bisschen angst ist das sterben jetzt macht ja ja was soll ich erzählen ich hätte nicht nicht sein weniger aufgestanden nicht doch echt tatsache und mir fällt nichts ein was ich jetzt gerade erzählen könnte außer dass ich jetzt mein kopf spiele und das vormiga creeper schaden schienen ist dass ich voll angst habe und so weil der mich echt tüten könnte weil ich drei leben habe ok jetzt wird es eklig pass auf leute stopp stopp oder bitte später was bin ich hier für der verhalten ich habe mir am fenster gesehen dann wird es eklig daran wenn es creeper ist mein haus zerstörter dann alter ich sehe da ich glaube was ich habe den kopf gesehen von dem tisch naja ich heiße nicht ob die musik zu laut ist wenn ja bin ich nicht spaß und die erde mich ok er steckt der fest feio 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 zu benetzen die mir zu mir erscheinen irgendwo rad ich weiß nicht woran liegt er nicht so mein gott glück glück so ich hab schon ein bisschen schnee zusammen geformt da machen wir uns mal snow hat mein name macht mama haha witzig ja ich komme vielleicht sogar auf paar 30 ich brauche noch ein paar mehr das heißt ich gehe gleich noch mal los und farm ein paar blöcke ich muss noch mal erstmal ein paar schaufeln machen für mehr da oben aber wohl ist doch fast aus dem schnee oder gucken wir mal zusammen schnee wolle ah ein kleiner unterschied dieser kennt mal sagen wir mal so ja doch das passt ungefähr ich hab schon mal mit dem schnee was ich habe dass ich da irgendwas aufbauen ähm ungefähr hier soll es sein also hier fange ich dann so an auf der höheren bis so bis hier das wird da noch ein bisschen begrenzt aber schon bis am rand das ist mehr so rechteckig dann kommt hier die tür hin wenn ich hier hochkomme kann ich dann hier in die tür rein mach ich aber nur eine tür aber das wird da ist hoffen wir mal das warte mal das ist zu klein das ist besser das passt besser oder treppe 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 sein und trocken werden soll ja jetzt nicht mal auswärts aber ich bin schon ein bisschen was denn jetzt hier mit dem schnee den ich habe so viel habe ich eins drei vier fünf sechs mal ja gut das schauen wir mal wie das wird aber das schnee reicht gut bisher das freut mich aber aber ich weiß nicht die treppe aus was die treppe machen soll auf schnee ne ich kann mir das aus stein machen oder aus holz ich mach's mal aus holz das war jetzt sehr billig immer ach je 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 jetzt lass ich so ähm ja dann machen wir jetzt erstmal eine tür ähm ähm und noch irgendwas und dann werden wir uns wiedersehen wenn ich den turm fertig gebaut habe damit hier so ein kleiner Einblick hatte wie ich das gemacht habe ich das hier denkt uhr schild und so nee das habe ich alles selber gemacht hier holz hier natürlich und holz treppe auch mal sehr viel was so passt das noch 20 treppen reichen glaube ich erst mal ja ja bleibt noch nicht mehr viel zeit zum äh schauen zum äh pumpen zum schuppen und zum ruppen und so weiter äh tür wo bist du da ach fail ey zerstören bum bum ja bum äh ja so schön aus aber das wird gut sein soll dann komme ich hier rein gehe die treppe hier so hoch würde ich sagen ich mache nur einer treppe ich mache so eine wendetreppe das heißt ich muss dann blocken da kommt hier die nächste sache ja gut das passt das ist eine gute idee da muss ich irgendwie auf die höhe kommen so da kann ich da um ein Loch machen ja doch das passt das passt das passt das passt das passt ich gucke auf wie es von außen aussieht schluss das ist mir fast verrückt ähm guck mal mal wie es jetzt schon aussieht oh irgendwie eine spinne oder so kann ich sein oh ja ich höre schon ein zombie die kuh hat richtig ins lied gepasst ey es wird gut aus dem glaube ich wie gibt es denn der zombie hier ey mal raus egal ich kann schon wieder umräumen quatsch das mache ich nicht wo ist der zombie naja egal das schwein ist der zombie ja tatsache das ist vielleicht auch wo ihr könnt ich mal vielleicht sonst und hier ist eine hülle hat man sagt gehört so ein bisschen sandstein oh hier ist kohle ach nein oh fuck oh fail und so heißt für mich zurückgehen und einsammeln ach du scheiße ach Gott Gott naja da haben wir noch ja was kann ich noch erzählen boah mir fällt echt nichts ein ich muss mir die nächste aufnahme ein bisschen mehr was zum erzählen ausdenken was ich hier preisgeben kann von meinem Leben von meinem so spannenden Leben ja ich sag ganz schön um ob man sich meine sache wieder wenn ich mich das übelst auf kredite auch hier für die schaufel aber ich will noch die kohle abbauen das können wir noch machen der zeit ist auch meine letzte tat ist wie auch kohle abbauen spannend und eisener zu weiter heißt das war das ist naja also das hier war mein zweiter part vom solo projekt minecraft und ich denke mal dass das nächste video spannender wird dass ich dann fertig haben werde und vielleicht sogar schon das loch eingraben habe ich guck mal als ich doch gar nicht so schlecht aus wenn er dann so hoch ist oder vielleicht noch unser garten noch ein bisschen fertig ausbauen ja also das war der zweite part also bis dann haut da rein tschö